Die Themen heute. Umstrittene Vereinbarung. Warum will die Behörde in Vorarlberg ein Waldstück nicht aufforsten? Unbemerkter Tod. Warum wurden die Verwandten vom Tod des Onkels nicht verständigt? Teure Wohnung. Bleiben die Käufer neu errichteter Wohnungen auf den Mängeln sitzen? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Leider noch immer mit suboptimaler Bekleidung des Moderators. Eine Sportverletzung am Ellbogen muss noch ruhig gestellt bleiben. Fall 1 heute führt uns nach Vorarlberg in einen Teil Österreichs, in den wir von Wien aus eher selten kommen. Ins kleine Walsertal. Eine Gegend, die keine direkte Verkehrsverbindung zum übrigen Vorarlberger Land hat. Das Tal ist nur von Bayern aus auf einer Straße zu erreichen. Und dort in Mittelberg hat mein Kollege Robert Berger den Bauernhof der Familie Willam besucht. Denn die Frau Willam hat im Zuge von Schlägerungsarbeiten in ihrem Wald eine Vereinbarung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung getroffen. Und die wird angeblich nicht eingehalten. Der Schutzwald hinter ihrem Haus würde nicht, wie versprochen, aufgefastet. Volksanwalt Walter Rosenkranz hat sich diese Vereinbarung angeschaut und ist offenbar zur Erkenntnis gekommen, dass die Beschwerde der Frau Willam nachvollziehbar ist. Und welche Konsequenzen das hat, das wollen wir heute im Studio genauer diskutieren. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Guten Abend. Doch davor zeigt Ihnen mein Kollege Robert Berger noch, was genau für Zwietracht sorgt. Das Kleinwalsertal in Vorarlberg. Hier in dieser idyllischen Gegend befindet sich der Hof der Familie Willam und darüber ist der sogenannte Haspelwald. Seit mehreren Jahrhunderten befinden sich Haus und Wald im Besitz der Familie. Der Haspelwald ist ein sogenannter Schutzwald. Das heißt, die Bäume dort schützen das Tal vor Lawinen und Murenabgängen und dürfen nur mit behördlicher Erlaubnis gefällt werden. Im Mai 2020 erteilt die BH Bregenz einen Fällungsbescheid, da manche Bäume im Wald überaltert sind. Um die Fällung kümmert sich die Wildbach- und Lawinenverbauung, denen Löse aus dem Holzverkauf erhält dann der Waldbesitzer nach Abzug der Unkosten. Der Wald, der Ober-Haspelwald, ist total marode. Und dann ist man gekommen, weil ein Schutzwald ist, eben mit dem Fällungsbescheid. Und dann kam er eben nachher von der WLV nachher, also die Wildbach-Verbauung, kam er nachher in dem Sinn her und hat uns halt gefragt, wo können wir das Holz, weil man das ja fliegen muss, wo können wir das hin tun? Und der kürzeste Weg ist natürlich jetzt bei mir auf der Wiese da unten, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, langes hin und her und ob sie das dann halt auch wieder aufräumen und wie das ausschaut und wie lange das belegt ist. Und dann haben sie gesagt, eben sie haben gesprochen von 300 Kubik, wo sie rausholen. Im Endeffekt kam raus, dass sie ungefähr, was waren es, circa 1300 Kubikmeter rausgeholt haben und haben das von ihr Obernaht bis runter bis zu der Bank, also gelagert. Die Familie trifft eine schriftliche Vereinbarung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung in Bregenz. Sie stellt den eigenen Grund für die Lagerung der Bäume zur Verfügung. Dafür erhält man vier Baumlängen Brennholz. Die Lawinenverbauung ihrerseits verpflichtet sich dafür im Gegenzug, den Wald bis spätestens Herbst 2022 aufzuforsten. Doch diese Aufforstung, sie ist bis heute nicht passiert. Denn plötzlich soll Frau Willam ihre etwa 250 Meter lange Privatstraße, hier rot eingezeichnet, Jägern zur Verfügung stellen. Weil sie jetzt behaupten oder halt jetzt sagen, so muss ich sagen, wenn die Jagd diesen Privatweg nicht fahren darf, dann forschen sie nicht auf. Warum? Ja, das gehört dazu. Das ist ein Schutzwald. Wenn man das nicht bejagen darf, dann machen sie es halt einfach nicht. Dann hat das keinen Sinn, hat das geheißen. Aber das ist nie in der Vereinbarung gestanden? Nein. Wenn das vorher in der Vereinbarung gestanden wäre, hätte ich das nicht zugelassen. Warum wollen Sie Ihre Straße eigentlich den Jägern nicht zur Verfügung stellen? Hat es da irgendeinen Vorfall gegeben? Ja, also ich war hinterm Haus beim Schneeräumen oder so und hab die plötzlich also die Rufe gehört oder so, die schreie hier durch, weil dieser Treibjagd, sie sagen Drückjagd, aber es war laut und dann sind die da eben durch den ganzen Wald durch oder so und ich hab die Tiere gesehen, man hat direkt da durchwarten sehen, ich hab die Panik in der Auge gesehen und ich war fix und fertig. Ich war nur noch am heulen. Ich hab die Tiere gesehen und denk, das kann's jetzt nicht sein. Und nun soll angeblich ausgerechnet im Haspelwald von Frau Willam der Wildbestand eliminiert werden. Das ist im Rahmen dieses Heuberg-Projekts, wie sich das nennt, wollen sie auf der Seite da herüber einen Totalabschuss. Und das wollen sie nicht, weil ihnen die Tiere leitun? Ja genau, das mag ich nicht. Und deswegen wollen sie nicht, dass die Jäger ihren Weg benutzen? So ist es. Und seither passiert im Haspelwald nichts. Die Behörde nimmt die vereinbarten Aufforstungen nicht vor. Die errichteten Gleitschneeblöcke stehen alleine am Hang, obwohl diese längst von Bäumen umgeben sein sollten. Jetzt weigert sich die Behörde, weiter aufzuforsten, weil sie sagen, sie wollen das Wild, den Wildbestand reduzieren, damit die Aufforstung Sinn ergibt. Sie sagen, sie wollen das nicht machen. Gibt es andere Möglichkeiten, als ihren Weg zu benutzen? Gibt es einen anderen Weg, den die Jäger eventuell benutzen könnten? Ja. Erstens gibt es eine Möglichkeit von oben runter, also die können von, über den, wie heißt das, hinten, über den Forstweg hintern, also ein Stück weiter hinten noch oder so, geht ein Forstweg hoch, Richtung Stutzalpe erst und dann Bühlelpe. Und dann können sie da von oben runter, wäre eine Möglichkeit. Und der nächste ist das hier, die alte Straße in dem Sinn, wie es vorher die von der Bühlelpe auch gehabt haben. Also sie müssen nicht meinen Weg fahren. Die Fronten zwischen der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Familie Wilhelm, sie sind verhärtet. Frau Wilhelm überlegt bereits, was sie unternehmen wird, sollte es zu keiner Lösung kommen. Dann möchte ich, dass wir die Böcke wieder weg tun, weil die verfaulen jetzt da oben. Ich habe mit dem Förster gesprochen. Ich hätte die Möglichkeit selber, dass ich sage, okay, ich forsche das selber auf. Nachdem das Schutzwald ist, glaube ich, habe ich mich erkundigt, kriegt man 90 Prozent ersetzt. Und wenn ich das also von jemandem machen lasse, kriegt man, glaube ich, auch noch einen Zuschuss dazu. Das heißt, Sie werden es dann selber machen? Vielleicht, ja. Oder halt meine Nachkommen, meine Jugend oder so. Doch noch gibt Frau Wilhelm die Hoffnung nicht auf, dass die schriftliche Vereinbarung, die sie mit der Wildbach- und Lawinenverbauung Prägens abgeschlossen hat, von dieser doch noch eingehalten wird. Mir geht es hier erstens mal ums Recht, weil ich finde, eine Vereinbarung gehört eingehalten. Das ist von mir eingehalten worden, die gehört von der WLV eingehalten. Und wenn das nicht mehr ist, muss ich mit irgendeinem Institut oder egal wer, muss ich keine Vereinbarung mehr machen. Gesetzt im Fall, jetzt würde wieder wer an Sie herantreten und sagen, okay, wir müssen wieder Bäume aus Ihrem Wald rausschlägern und wir würden die hier gerne zwischenlagern. Würden Sie dem noch einmal zustimmen? Nein. Also, dass rausgeschlägert wird, ja, aber hier wird nichts mehr bei mir gelagert. Wenn die Vereinbarung jetzt nicht eingehalten wird, muss ich keine neue Vereinbarung machen. Weil ich weiß nur damals beim ersten Mal, wo ich die Vereinbarung gemacht habe, da hieß es noch telefonisch, auf sein Wort wäre Verlass. Und dann habe ich eben gesagt, nee, ich möchte es gerne schriftlich haben. Und jetzt sehe ich das also weder auf das Wort noch auf das schriftliche Verlass. Ich meine, nee, kein Fall. Und so bleibt der untere Teil des Haspelwaldes vorerst einmal baumlos. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung. Etwa, dass die Jäger auf die Benützung der kleinen Straße verzichten und das kurze Stück bis zum Wald einfach zu Fuß nach oben gehen. Im Landesstudio in Vorarlberg ist uns jetzt die Frau Wilhelm zugeschaltet. Schönen guten Abend. Guten Tag. Guten Abend, Frau Wilhelm. Diskutiert hätten wir gerne mit jemandem vom Landwirtschaftsministerium zuständig für die Wildbach- und Lawinenverbauung. Da haben wir eine schriftliche Stellungnahme bekommen, die mein Kollege Robert Berger dann vortragen wird. Herr Volksanwalt, schauen wir uns kurz diese umstrittene Vereinbarung haben. Vom 15.06.2020, da steht, die Aufforstung einer Parzelle der Frau Wilhelm erfolgt durch die Lawinen- und Wildbach-Verbauung bis spätestens Sommer 2021. Und darunter steht, eine weitere Parzelle wird bis Herbst 2022 aufgeforstet. Steht da was von einer Nutzung einer Privatstraße? Habe ich irgendwas überlesen? Müsste eigentlich aufgeforstet werden? Nein, also wann es drauf stünde, dann mit einer Geheimtinte, die bis jetzt noch niemand gesehen hat. Also das ist für uns eigentlich das Unerklärliche. Ich verstehe Beweggründe auch eines Ministeriums, dass die sagen, aufgrund der Wildpopulation nimmt der Wald dort einen Schaden und was auch immer. Nur das sind alles andere Paar Schuhe. Es gibt eine Vereinbarung mit der Frau Wilhelm, wo genau diese Punkte drinnen stehen. Und von einer Abtreten, Benutzung einer Straße für die Jägerschaft steht nicht einmal irgendein Komma dort drinnen. Und das muss eingehalten werden. Und so etwas, dass Verträge nicht eingehalten werden, das passiert wahrscheinlich in Österreich jeden Tag zigmal und die Gerichte befassen sich damit. Aber wenn einmal die Republik Österreich, die meiner Meinung nach eine gewisse Vorbildwirkung haben sollte, auf einmal solche Mätzchen spielt, dann verstehen wir das in der Volksanwaltschaft nicht. Wie argumentiert man jetzt im Landwirtschaftsministerium, Robert Berger? Man betont natürlich die Wichtigkeit der Bewirtschaftung von Schutzwäldern. Und ich zitiere jetzt wörtlich aus dem Schreiben des Landwirtschaftsministeriums, die Wildbach- und Lawinenverbauung, die der Kontrolle des Rechnungshofs des Bundes unterliegt, ist es aufgrund der durch die Weigerung von Frau Wilhelm, ihren Privatweg zur erforderlichen Wildstandsregulierung zu nutzen, erwartbaren Erfolglosigkeit der Maßnahmen nicht möglich, das begonnene Aufforstungs- und Schutzprojekt weiter zu betreiben, beziehungsweise abzuschließen. Selbstverständlich wird die Wildbach- und Lawinenverbauung diese begonnenen Maßnahmen fortsetzen, wenn durch die Ermöglichung einer effizienten Bejagung ein Erfolg der Schutzmaßnahmen größtmöglich gesichert erscheint. Also man beharrt offenbar, dass für eine effiziente Bejagung die Nutzung dieses Weges notwendig ist. Also diese Antwort, ich sag's ganz gelinde, ist eigentlich eine Frechheit, auf den Rechnungshof sich auszureden. Ich glaube, der Rechnungshof sollte sich das anschauen, weil wenn man schon weiß, man braucht das alles, dann muss man einen Vertrag von Anfang an richtig machen. Ich glaube, da ist in der Verwaltung vielleicht ein Fehler passiert. Oder man wollte sogar sagen, naja, schauen wir uns, wir wissen, die Frau Wilhelm ist eine besondere Tierfreundin, da schreiben wir lieber nichts hinein, locken Sie dann in so einen Vertrag hinein, wo man dann später draufkommt. Na eigentlich hat es die Republik Österreich den Vertrag versemmelt, weil wir wissen ja, dass die Bejagung stattfinden muss. Und jetzt hält sie sich einfach nicht an den Vertrag, sondern nimmt das als Druckmittel für die Frau Wilhelm und gesagt hat, wenn sie ihren Vertrag erfüllt haben will, muss sie noch weitere Zugeständnisse machen. Ich halte das wirklich für den Rechnungshof für interessant und auch für den Minister, dass er sich das einmal anschaut. Und dann sollten wir wirklich schnell draufkommen, was dort zu tun ist, nämlich einfach die Republik Österreich soll den Vertrag erfüllen. Aufforsten. Und aufforsten. Genau das, was drinnen steht. Was schreibt man uns weiter? Man bezieht sich jetzt plötzlich auf den Vater von der Frau Wilhelm, den Herrn Daniel Müller. Und der soll bereits im Jahr 2022, 2001 die Zustimmung zur Nutzung ihrer Straße zu jagdlichen Zwecken erteilt haben. Die WLV, also die Wildbach- und Lawinenregulierung, die ging daher berechtigterweise vom Vorlegen einer gültigen Nutzungsbewilligung auch für die erforderliche Wildstaatsregulierung aus. Diese Zustimmung wurde von Frau Wilhelm erst mit Nachricht an die WLV vom 22.01.2023, also zweieinhalb Jahre nach Abschluss ihrer Vereinbarung mit der WLV, widersprochen. Frau Wilhelm, hat es da eine Zustimmung Ihres Vaters zur jagdlichen Nutzung dieser Straße gegeben? Wie vorhin schon erwähnt, das kann sein, und da habe ich auch nicht widersprochen, das ist auf dem Forstweg Richtung Stutzalpe. Das ist ein anderer Weg. Da ist die Bewilligung von meinem Vater sicher gegeben worden, da hat es mir noch nicht direkt gehört. Aber die Privatstraße, um die es jetzt geht, ist 2007, habe ich einen Vertrag unterschrieben oder einen Dienstbarkeitsvertrag mit dem früheren Besitzer von der Bühlalpe. Und die ist ja dann auch erst gemacht worden, die gab es ja vorher gar nicht. Das heißt, aus Ihrer Sicht muss sich diese Vereinbarung des Vaters mit der Wildbach- und Lawinenverbauung auf eine andere Straße bezogen haben. Ja. Herr Volksanwalt. Ja, und natürlich gibt es doch viele Zugangsmöglichkeiten und Zufahrtswege für die Jägerschaft, aber eines ist klar und es ist auch nachweisbar, diese 250 Meter sind 2007 erst überhaupt rechtlich beziehungsweise auch technisch durchgesetzt worden. Also alles nur Ausreden, Notlügen, warum auch immer. Tatsache ist, es gibt einen Vertrag und die Republik weigert sich beharrlich seit Jahren, den Vertrag einzuhalten. Finde ich schändlich. Gut, dann warten wir ab, was sich nach der Sendung ergibt. Frau Willam, halten Sie uns bitte auf dem Laufenden, ob es da Umdenken gibt, was Sie rund um diesen Privatweg ergibt. Wir würden gern darüber berichten. Ja, mache ich gerne. Dankeschön, wir bleiben an der Sache dran. Zum nächsten Fall. Wir haben in dieser Stelle regelmäßig Beschwerden von Leuten behandelt, die sich ärgern oder kränken, dass sie vom Tod eines nahen Angehörigen nicht verständigt worden sind. Die Verstorbenen waren meist alleinstehend, sind meist überraschend in ihrer Wohnung gestorben und fast immer war es dann ein aufmerksamer Nachbar, der die Polizei verständigt hat, weil sich in der Wohnung nebenan nichts mehr gerührt hat. Die Bestattung hat die Leichen abgeholt, aber bis dann die Angehörigen endlich verständigt worden sind, sind manche der Verstorbenen schon in einem Armengrab gelegen. Immer wieder wurden dann im Studio hier Überlegungen angestellt, wie man die Verständigung von Angehörigen verbessern kann, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Zuletzt haben wir vor knapp einem Jahr über den Tod des Herrn Großeibel berichtet. Seither ist uns kein neuer Fall berichtet worden. Arbeitet die Behörde jetzt genauer? Marianne Waldhäusl zeigt Ihnen noch einmal kurz, wie es zu so einem von den Verwandten unbemerkten Todesfall kommen kann. Franz Großeibel war eng eingebunden in die Familie. Er hatte keine eigenen Kinder, aber er war Bruder, Schwager, Onkel, Taufpate und bei allen Familientreffen dabei. Doch zum letzten Weihnachtsfest kam er nicht. Heute kann ihn die Familie nur noch an seiner letzten Ruhestätte besuchen. Onkel Franzi wurde 71 Jahre alt. Er starb an einem Herzinfarkt. 15. Dezember 2022 steht in der Sterbeurkunde. Doch das ist nicht der wahre Todeszeitpunkt. Herrn Großeibels Neffe Friedrich erzählt uns, was am Weihnachtsabend passiert ist, als sich die Familie, wie jedes Jahr, bei seinen Eltern treffen wollte. Friedrich kam schon etwas früher, um beim Kochen zu helfen. Ich bin hier angekommen und meine Mutter hat mich gebeten, dass ich einmal zum Onkel Franzi rüberschaue, weil sie hat ihn versucht, die letzten Tage zu erreichen, telefonisch. Und normalerweise rührt er sich halt dann irgendwann und habe ich mir gedacht, gut, bevor ich anfange, den Fisch zu brutzeln quasi, bin ich rübergegangen, habe mir den Schlüssel geschnappt, drüben geklopft, aufgesperrt, gerufen, war niemand da offensichtlich, bin ich vorsichtig in die Wohnung gegangen und zum Schlafzimmer und habe gesehen, dass da schon die Matratze nach oben steht, Teile vom Fußboden rausgeschnitten worden sind, also da habe ich schon mal ein bisschen Bange gehabt. Großeibels geht zur Polizeiinspektion Ziegelofenweg und sagt, dass sein Onkel vermisst sei. Die haben dann gemeint, ah, Moment, Sie schauen mal nach, ist dann hinten verschwunden für ein paar Minuten und dann sind drei Polizisten gekommen und da habe ich mir schon gedacht, oje, und eine Dame, eine Polizistin hat mir dann erzählt, dass der Onkel eben am 15. Dezember verstorben ist. Da habe ich mir gut schlucken müssen und da habe ich mir gedacht, das sind jetzt neun Tage und habe sich mal gefragt, wieso das so lange dauert und warum da keiner von den Verwandten informiert worden ist und vor allem ist mir eingefallen, wenn man irgendwo falsch parkt, das habe ich Ihnen auch gesagt, dann dauert es ja auch nicht so lange, also es muss ja eine Möglichkeit geben, dass man es rausfindet. Die Antwort war halt, Sie haben halt keine Ressourcen gehabt, das zu erledigen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine Frechheit, so etwas darf nicht passieren und ich habe mir gedacht, das schreibe ich der Volksanwaltschaft, also das gibt es nicht. Es geht mir nicht darum, dass wir das jetzt, man kann es nicht verhindern, es ist passiert, aber mir geht es darum, dass das zukünftig nicht passiert, ja, dass man schaut, dass, das sind ja Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dass man schaut, ob jemand, der verstirbt, Verwandte hat irgendwo, ja, noch dazu meine, also mein Vater den gleichen Namen wie mein Onkel und auch noch zwei andere Geschwister haben den gleichen Nachnamen, also das sollte irgendwie leicht zu finden sein. Ich habe denselben Nachnamen auch, ne? Ja, auch, also... Im Studio fragte Peter Resetaritz, den Pressesprecher der österreichischen Notariatskammer, wer dafür zuständig ist, die Angehörigen zu suchen. Notarinnen und Notarier in ihrer Eigenschaft als Gerichtskommissär sind natürlich dafür verantwortlich, dass die gesetzlichen Erben im Verfahren gefunden werden. Es ist ein bisschen so, wie das Leben spielt, so ist es auch im Sterben. Jeder Fall ist anders gelagert, jeder Fall ist unterschiedlich und es gibt kein einheitliches Prozedere. Das heißt, Herr Volksanwalt, Sie glauben, der Ball liegt beim Innenministerium, wo man eine Regelung schaffen müsste, ein Regularium? Eine klare, nachvollziehbare Regelung, was in einem solchen Fall zu tun ist. Familie Großeibel ist froh, dass Onkel Franzi noch nicht anonym beerdigt worden war, sondern im Familiengrab seine letzte Ruhe finden konnte. Das war vor einem Jahr. Hat sich seither etwas verändert? Also bei uns sind zumindest keine neuen Beschwerden eingelangt, aber gibt es die von Ihnen geforderte klare Regelung? Gibt es leider nicht. Also wir haben dem Innenministerium geschrieben, dass man mit einer Dienstanweisung unterstützend wirken kann, dass man sieht, was sollen Sie in dem Fall machen. Dazu ist es nicht gekommen. Wir haben jedenfalls diesen Fall zum Anlass genommen, in den Parlamentsbericht zu geben. Das heißt, die Gesetzgeber in Österreich, ob Nationalrat, Bundesrat oder auch die Landtage, wissen dann jetzt von diesem Fall und können sich dann im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenz überlegen, wie können wir das besser regeln. Und bei uns steht zu befürchten, dass solche Fälle doch wieder aufschlagen, entweder in der Volksanwaltschaft oder bei uns bei Bürgeranwalt. Leider Gottes und vor allem, wie der Fall ja geschildert war, dass es dann oft zu den Ergebnissen führt, dass dann Verwandte in einem Armengrab bestattet worden sind. In dem Fall war es noch Gott sei Dank ein bisschen günstig und vielleicht, wenn auch die Notariate schnell handeln, was sie sicherlich auch im 99 Prozent der Fälle machen, wird sich es auch vermeiden lassen. Dann hoffen wir, dass dem Bund oder den Ländern da etwas einfällt. Herr Volksanwalt, danke, dass Sie bei uns waren. Gerne. Zum nächsten Fall. Da hat sich ein junges Paar per Mail an uns gewarnt, dass sich eine doch recht teure Dachgeschosswohnung in einem Altbau in Wien gekauft hat und offenbar verzweifelt ist. Es gäbe zahlreiche gravierende Mängel baulicher und rechtlicher Art und sie fürchten mittlerweile um ihre Existenz, Zitat, wir sind hoch verschuldet und in einer katastrophalen Situation gefangen und wir wissen von mehreren Objekten, wo der Bauträger ident vorgegangen ist. Marianne Waldhäusl hat daraufhin zu recherchieren begonnen. Von außen sieht es saniert und einladend aus, dieses Haus aus der Jahrhundertwende im 15. Bezirk in Wien. Magdalene Oboko und Florian Suchi haben sich hier eine Wohnung gekauft, um gemeinsam eine Existenz zu gründen. Doch genau die könnte jetzt auf dem Spiel stehen, befürchtet das Paar. Denn obwohl ihm die Wohnung längst übergeben und der Kaufpreis bezahlt wurde, gäbe es nur eine fragwürdige Fertigstellungsanzeige. Das heißt, eigentlich dürften die beiden hier nicht wohnen. Gleich hinter dem Haustor stehen zwei große Mülltonnen. Im Eingangsbereich und im Innenhof liegen Baumaterialien und Schutt. Schon seit Jahren, sagt Frau Boko. Sie zeigt uns auch den Liftschacht, in dem noch immer kein Aufzug fährt. Die Baustelle gibt es seit 2017 oder 2018. Zwischenzeitlich gab es Riesenratten im Gebäude. Dieser vom Keller in die anderen Wohnungen rauf. Es haben auch eine Zeit lang Obdachlose hier gelebt oder zumindest ihre Notdurft verrichtet. Hier das Gerüst, das steht irgendwie da. Ein Bein hängt sogar in der Luft. Bauträger des Hauses ist eine Firma XYZ Immo GmbH, die zu 75% der MNO Holding GmbH und zu 25% der HIE Immo Consult GmbH gehört. Geschäftsführer von XYZ Immo GmbH ist Herr E. Die Namen wurden von der Redaktion aus medienrechtlichen Gründen geändert. Die Wohnung von Magdalene Oboko und Florian Suche liegt im fünften Stock. Auf dem Weg dorthin treffen wir andere Hausbewohnerinnen und Bewohner. Viele erzählen uns ja leid, aber kaum jemand will vor der Kamera reden. Die Angst vor dem Bauträger sei zu groß, sagen sie. Ein Bewohner zeigt uns den Ries, der quer durch seine Wohnung geht. Auch die Wohnungstüren machen vielen im Haus Probleme. Manche könnten nicht versperrt werden, andere könnten sich nur mit Gewalt schließen lassen. Ein Eigentümer aus dem neuen Dachgeschoss zeigt uns, wie die Kabel bei der Wärmepumpe verlegt wurden. Er zeigt uns den Wasserschaden in seinem Bad, seine unbenutzbare Terrasse. Das ist die Außenwand zu seiner Wohnung. Im Dachgeschoss befindet sich auch die Wohnung von Frau Oboko und Herrn Suchi. Sie sollte 2022 fertiggestellt sein, doch damals sah sie so aus. Auch als sie im Oktober 2023 endlich übergeben wurde, sei die Mängelliste immer noch lang gewesen. 74 Quadratmeter groß ist die Wohnung. Die Terrasse sollte 30 Quadratmeter umfassen. Rund 600.000 Euro haben die Studentin und der kaufmännische Angestellte dafür bezahlt. Wir haben uns natürlich auch rechtlich beraten lassen. Wir haben einen Rechtsanwalt gehabt, der über den Kaufvertrag drüber geschaut hat. Und wir haben uns wirklich gedacht, was kann schon schief gehen. Frau Oboko und ihr Lebensgefährte haben einen Kredit für die Wohnung aufgenommen. Ihre Eltern bürgen mit ihrem Haus. Jetzt sehen sie ihre Existenz in Gefahr. Also wenn man in unsere Wohnung reingeht, im ersten Moment denkt man sich ja eigentlich, die Wohnung selbst ist ja schön. Nur der Teufel liegt halt im Detail. Lange Zeit hat es bei der Balkontür hereingeregnet. Das sei jetzt behoben, aber die Terrasse dürfen sie nicht betreten. Denn der Abstand zwischen dem Boden und der Unterkante des Geländers beträgt bis zu 60 Zentimeter und ist damit viel zu breit. Die Baupolizei hat deshalb die Griffe der Terrassentüren abmontieren lassen. Als Sicherheitsmaßnahme. Der Stiegenaufgang zu dieser Terrasse ist ungewöhnlich konstruiert. Wer größer als 1,70 Meter ist, muss sich beim Stiegensteigen bücken. Im Schlafzimmer habe die Heizung den ganzen Winter über nicht funktioniert. Und hinter dieser Balkontür geht es fünf Stockwerke in die Tiefe. Das sind nur einige Punkte, die auf der langen Mängelliste ihrer Wohnung stehen. Besondere Sorge macht ihnen aber die fehlende Stahlbetonplatte im Keller. Sie hätte schon vor Beginn des Dachbodenausbaus fertiggestellt werden müssen. Interessanterweise, trotz allem, haben wir eine Teilfertigstellungsanzeige erhalten. Mit einem Eingangstempel der MA37. Um diese Anzeige hätten sie dem Bauträger lange bitten müssen. Hiermit wird die Fertigstellung der mit Bescheid vom 15. September 2017 bewilligten Bauführung angezeigt. Heißt es da, unten sieht man einen Stempel der Baupolizei. Trotzdem hat Magdalene ein komisches Gefühl dabei. Also bei diesem Dokument passt scheinbar irgendwas nicht. Und das sind alles Dinge, womit wir niemals gerechnet hätten. Wir nehmen Kontakt mit der MA37 auf und ersuchen den Leiter der Baupolizei das Dokument zu prüfen. Tatsächlich, Dr. Cech sagt uns am Telefon, die Fertigstellungsanzeige sei nicht von der MA37 ausgestellt worden. Er wolle deshalb bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten. Man muss auch sagen, wir stecken uns schon relativ lange in dieser Situation. Und das Problem ist halt, das ist nicht wie ein Supermarkt einkauf, sondern sowas kauft man sich halt nur einmal. Der Geschäftsführer des Bauträgers wollte uns zu den Vorwürfen kein Interview geben. Sein Anwalt hat uns geschrieben, dass mit allen Kräften daran gearbeitet wird, hier Abhilfe zu schaffen. Durch zahlreiche Konkurse von Dienstleistern sei es bedauerlicherweise zu unvorhersehbaren baulichen Verzögerungen gekommen. Alle aufgezeigten Problemstellungen würden vollumfänglich gelöst. Nur ein paar Minuten entfernt von diesem Haus steht ein weiteres Projekt, der XYZ-IMO GmbH. Hier gibt es zwar einen Aufzug, aber auch hier gibt es noch viele Baustellen. Und auch hier ist die Mängelliste lang. Wir haben schon Risse im Haus, im Erdgeschoss, im ersten Stock. Manchmal wogelt das Haus, so wie es früher nicht gewackelt hat. Ich weiß, dass ich wohne seit über 30 Jahren hier. Und wir wollen diesen einmal auf den Grund gehen und erfahren, ob das alles eigentlich passt oder uns das Haus nicht irgendwann einmal unter den Hintern zusammenbricht. Die Bauarbeiten an diesem Haus gingen bereits ins sechste Jahr. Die Vorgangsweise von Herrn Nuss und seinem Team ist immer die gleiche. Wir versuchen mit den Bauleitern Kontakt aufzunehmen. Die rufen dann nicht zurück, sie reagieren nicht auf Mails. Dann schreibt man dem Herrn Nuss ein Mail. Und der Herr Nuss sagt, ja, um Gottes Willen, das ist ja alles noch nicht passiert. Ich werde mich sofort darum kümmern und es passiert nichts. Ähnliches berichten auch Frau Boko und Herr Suchi. Dazu schreibt der Anwalt der XYZ-IMO GmbH. Der Vorwurf ist falsch. Sämtlichen anfragenden Personen wird stets durch unseren Mandanten Auskunft erteilt. Und dann war da noch die Sache mit dem Rechtsanwalt, der den Kaufvertrag erstellt hatte und die Kaufsumme treuhändig verwalten sollte. Er sei vom Bauträger vorgegeben worden. Wir hatten da auch großes Vertrauen zum Treuhänder. Das war auch unser Strohhalm, den wir uns geklammert haben, bei der natürlich für uns das Geld an einem sicheren Ort aufbewahrt. Der Treuhänder habe das Geld gleich nach Übergabe der Wohnung an den Bauträger überwiesen. Das hätte er laut Bauträgervertragsgesetz nicht dürfen, solange es keine Teilfertigstellungsanzeige gibt. Und die gab es weder für die Wohnung noch für das Haus, sagt die Rechtsvertretung von Frau Boko und Herrn Suchi. Außerdem hätte der Treuhänder gar nicht beauftragt werden dürfen, denn Als der Kaufvertrag erstellt wurde, hätte er Anteile an der XYZ Immo GmbH gehabt, denn allein Gesellschafter der HIE Immo Consult GmbH war der Treuhänder. Einige Monate später wurde die Gesellschaft zwar auf eine andere Person übertragen, der Treuhänder agiere aber nach wie vor als Geschäftsführer. Die Anwältin des Treuhänders schreibt dazu, dass laut Auskunft des Magistrats auf der Fertigstellungsanzeige ein Eingangsstempel angebracht ist, diese jedoch nicht eingebracht wurde. So oder so war im gegenständlichen Fall die Fertigstellungsanzeige keine Auszahlungsvoraussetzung für die Auszahlung. Und? Die Rechtsanwaltsgesellschaft, die hier als Vertragserrichterin und Treuhänderin fungierte, ist und war an der Verkäufergesellschaft zu keinem Zeitpunkt beteiligt. Ihr Mandant sei aber vor längerer Zeit über eine andere Gesellschaft als Minderheitsgesellschafter an der Verkäufergesellschaft beteiligt gewesen. Die durch die Rechtsanwaltsgesellschaft vorgenommene Treuhandschaft war rechtlich zulässig und wurde unter strikter Einhaltung aller standesrechtlichen Vorgaben ausgeübt. Es ist sehr ungerecht, in welcher Situation wir und auch andere Miteigentümer stecken. Von uns steckt hier sehr viel drinnen, unser Erspartes. Es ist unsere Existenz eigentlich hier. Und ja, es ist emotional, es ist finanziell sehr belastend für uns. Deswegen trauen wir uns, hier vor der Kamera zu sprechen. Wir haben es uns lange überlegt. Während der Dreharbeiten geht ein Mail des Geschäftsführers des Bauträgers ein. Er lässt dem Anwalt des jungen Paares über seinen Anwalt ausrichten, dass er keine Dreherlaubnis gegeben hätte. Und er schreibt, Sollten wir keine Unterlassungserklärung ihrer Mandanten erhalten, dass eine mediale Berichterstattung über das gegenständliche Projekt unterlassen wird, werden alle zur Verfügung stehenden gerichtliche Schritte gegen ihre Mandanten ohne weitere Vorwarnung eingeleitet werden. Wir haben kein Vertrauen mehr. Und ja, wir haben natürlich Angst in die Zukunft blickend, was das für uns bedeutet. Der Rechtsanwalt von Magdalene Obok und Florian Suchi hat gegen den Treuhänder Anzeige bei der Rechtsanwaltskammer erstattet. Und das Objekt ein paar Gassen weiter? Hier kann Susanne Baumei, eine junge Eigentümerin, deren Wohnung auch noch nicht fertiggestellt ist, schon auf das nächste Projekt des gleichen Bauträgers blicken. Da gibt es im Studio jetzt einiges zu besprechen. Und die Frau Oboku begrüße ich jetzt bei uns im Studio. An ihrer Seite Ihr Rechtsanwalt Mag. Eber. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Und auf der anderen Seite begrüßen wir den Chef der Wiener Baupolizei, Dr. Gerhard Tschech. Guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Und gekommen ist auch meine Kollegin Marianne Waldhäusl mit diversen schriftlichen Stellungnahmen. Wir haben natürlich auch den Geschäftsführer des Bauträgers eingeladen beziehungsweise den Anwalt dieses Bauträgers. Der Geschäftsführer hat, glaube ich, gesagt, er hätte leider keine Zeit. Dann haben wir den Treuhänder natürlich eingeladen in die Sendung beziehungsweise dessen Anwältin. Die wollten auch nicht kommen. Da haben wir eine schriftliche Stellungnahme bekommen, die wir dann vortragen werden. Hatten auch keine Zeit. Hatten auch keine Zeit. Gut, dann gehen wir es gleich einmal durch mit den diversen Mängeln, die Sie da gezeigt haben. Da schreibt uns die Anwältin des Treuhänders, es gebe ein von beiden Käufern unterzeichnetes Übernahmeprotokoll, auf dem keinerlei Mängel angemerkt wurden. Im Gegenteil, das entsprechende Feld Mängelaufnahmeprotokoll sei komplett durchgestrichen gewesen. Was ist da passiert? Am Tag der Übergabe haben wir natürlich gesehen, dass viele Dinge noch nicht fertig waren und dass da deutliche Mängel in der Wohnung waren. Es wurde uns aber dann mit einem gewissen Druck klargemacht, dass wenn wir das Protokoll nicht unterzeichnen und die Mängeliste durchstreichen, wir die Wohnung nicht beziehen können und dass wir dadurch eigentlich auf der Straße sitzen würden. Natürlich war das im Interesse von niemandem. Es wurde uns daher zugesichert, dass ein Angestellter vom Bauträger war auch mit dabei bei der Übergabe, die ganzen Mengen schriftlich festgehalten werden. Das ist auch passiert. Da gibt es auch ein Protokoll drüber. Da gibt es ein Protokoll drüber, genau. Ist jetzt die Wohnung mängelfrei übergeben worden, wie behauptet ihr? Nein, absolut nicht. Also es ist weder mängelfrei, es sind diverse kleinere Mängel und auch größere Mängel, aber vor allem nicht fertiggestellt, weil insbesondere fehlt der Balkon und der Terrassenaufbau komplett. Es fehlt ein zweiter Fluchtweg. Es sind auch diverseste Mängel in den Allgemeinteilen, die alle noch nicht behoben worden sind. Ist da ein Fehler passiert, in dem das durchgestrichen wurde, was da behauptet wird, das Mängelaufnahmeprotokoll? Ideal ist es nicht. Also man sollte das normalerweise auch festhalten im Übergabeprotokoll, was für Mängel da sind. Ich verstehe aber aufgrund der Sorge und aufgrund des plötzlichen Drucks vom Bauträgerseite, dass meine Mandanten das unterschrieben haben. Sie sind auch keine Anwälte. Sie haben wahrscheinlich so ein Dokument das erste Mal in Ihrem Leben gesehen. Und es wurde ja schriftlich festgehalten. Dementsprechend vertraut man darauf, dass das dann auch passt. Dann diese Teilfertigstellungsanzeige mit dem Stempel der MA37. Sie haben sich das angeschaut. Ich habe im Protokoll unserer Abteilung gesucht. Es ist zu dem Termin nichts bei uns eingelangt. Wie dieses Schreiben zustande gekommen ist, kann ich derzeit nicht nachvollziehen. Jedenfalls liegt keine Fertigstellungsanzeige vor. Und damit ist die Wohnung nicht benutzbar im Wesentlichen, weil das gesetzliche Voraussetzung ist, dass man eine Wohnung benutzen kann. Und Teilfertigstellungsanzeige heißt, dass nicht das ganze Haus fertiggestellt ist, aber zum Beispiel einige Wohnungen. Und das hätte sich dann zum Beispiel auf die Wohnung der Frau Opoku beziehen können. Ja, man kann natürlich trennbare Teile, also die wirklich für sich benutzbar sind, kann man auch teilfertig stellen, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen, alle Maßnahmen gesetzt sind, dass die Wohnung benutzbar ist. Ist in dem Fall aber nicht der Fall, weil eben hier Rettungswege noch nicht vorhanden sind, Lift und ähnliche Sachen. Also es fehlt sehr viel noch dafür. Und den Eingangsstempel gibt es aber, der kann korrekt sein. Er schaut aus wie unser Eingangsstempel, aber wir haben ein solches Dokument nicht bei uns. Was schreibt man uns dazu, Marianne Waldhäusler? Die Rechtsanwältin des Treuhänders beruft sich auf einen Schriftverkehr mit dem Herrn Mag. Eber und sie schreibt uns, Zur Fertigstellungsanzeige betreffend das Objekt von Frau Opoku und Herrn Suchi, die mit Eingangsstempel der zuständigen Baubehörde versehen ist, hat Herr Eber in der anwaltlichen Korrespondenz bemerkenswerterweise selbst angemerkt, dass laut Auskunft des Magistrats auf diesem Dokument ein Eingangsstempel ausgebracht, die Fertigstellungsanzeige jedoch nicht eingebracht wurde. Sohin ist der Stempel offensichtlich echt. Die besagte Fertigstellungsanzeige war so oder so im gegenständlichen Fall keine Auszahlungsvoraussetzung in der vereinbarten Treuhandschaft. Haben Sie dort bemerkenswerterweise irgendetwas gesagt? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, ob das jetzt ein richtiger Stempel ist oder nicht. Das, was mir mitgeteilt wurde von meinem Mandanten, und ich sehe ja diese, ich habe diese Fertigstellungsanzeige ja auch vor mir, es ist ein Stempel drauf, ich bin davon ausgegangen oder ich gehe weiterhin davon aus, dass er echt ist. Ob es tatsächlich echt ist, kann ich aber schlicht einfach nicht sagen, weiß ich nicht. Und so eine Fertigstellungsanzeige, ist das üblicherweise auch dann der letzte Punkt, wo dann der Treuhänder, wenn das vorliegt, auszahlt? Eine Fertigstellungsanzeige ist sozusagen der Ersatz für das, was früher die Benützungsbewilligung der Behörde war. Es soll eben dokumentiert werden, dass das Objekt der Baubewilligung entsprechend, den Bauvorschriften entsprechend ausgeführt wurde. Der Zettel allein sagt dazu überhaupt nichts aus. Es müsste da jetzt jedenfalls noch eine Erklärung eines Ziviltechnikers und einer Ziviltechnikerin geben, die bestätigen, dass diese Ausführung ordnungsgemäß erfolgt ist. Es sind also keine Beilagen angekreuzt. Das ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt eine solche Fertigstellungsmeldung akzeptieren zu können. Richtig ist auf jeden Fall die Aussage der Kollegin, dass in der Treuhänderklärung dieses Schreiben, diese Teilfertigstellungsanzeige nicht Voraussetzung für die Auszahlung war. Sehr wohl aber von Seiten meiner Mandanten vor Übergabe mehrfach gesagt wurde, dass eine Teilfertigstellungsanzeige oder eine fertige Wohnung Voraussetzung für eine Übergabe ist. Und da schreibt uns, glaube ich, auch diese Anwältin, dass das Bauträgervertragsgesetz nicht anwendbar gewesen sei. Genau, im gegenständlichen Fall ist das nicht anwendbar. Die Auszahlung des Kaufpreises an die Verkäuferseite knüpfte, nach dem hier vorliegenden Treuhandauftrag, an die Übernahme der Wohnung durch die Käufer und nicht etwa an die Vorlage einer bautechnischen Fertigstellungsanzeige. Das wesentliche Dokument war hier das Übernahmeprotokoll. Ja, sie ist grundsätzlich so geregelt. Aber im Wesentlichen im Vertrag steht, ja, es wird eine fertige Wohnung übergeben und dann wird ausgezahlt. Tatsächlich ist aber eben keine fertige Wohnung übergeben worden. Und dann gibt es noch einen interessanten Punkt, den Treuhänder betreffend. Vielleicht, dass wir noch eine Definition machen. Treuhänder ist üblicherweise ein Rechtsanwalt oder ein Notar, dem die Käufer einer Wohnung das Geld geben. Und der passt auf das Geld auf. Und wenn die Wohnung dann ordentlich fertiggestellt ist, dann zahlt er dieses Geld oder vorher schon meistens in Teilbeträgen aus. Der passt gewissermaßen darauf auf, dass der Verkäufer zu seinem Geld kommt und dass der Käufer nicht geprellt wird. Das war in dem konkreten Fall ein Rechtsanwalt. Und da war, wie wir im Beitrag gesehen haben, ein bemerkenswerter Punkt, dass dieser Rechtsanwalt zu 25% Gesellschafter der Verkäufergesellschaft gewesen sein soll. Was schreibt uns dazu die Anwältin dieses Treuhänders? Sie sagt, es wurden alle rechtlichen Vorgaben eingehalten. Ich zitiere aus ihrem Schreiben, die Rechtsanwaltsgesellschaft, die hier als Vertragserrichterin und Treuhänderin fungiert, ist und war an der Verkäufergesellschaft zu keinem Zeitpunkt beteiligt. Es ist richtig, dass mein Mandant vor längerer Zeit über eine andere Gesellschaft als Minderheitsgesellschafter an der Verkäufergesellschaft beteiligt war. Er konnte nie Einfluss auf die Verkäufergesellschaft nehmen. Das war auch nie beabsichtigt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auf den Punkt gebracht, die durch die Rechtsanwaltsgesellschaft vorgenommene Treuhandschaft war rechtlich zulässig und wurde unter strikter Einhaltung aller standesrechtlichen Vorgaben ausgeübt. Also man unterscheidet zwischen der Rechtsanwaltsgesellschaft auf der einen Seite, die offenbar Treuhänder gewesen ist, und der Person des Rechtsanwaltes auf der anderen Seite. Zulässig aus Ihrer Sicht? Grundsätzlich zu der standesrechtlichen Frage, ob es zulässig ist, möchte ich mich nicht äußern. Tatsache ist allerdings, dass eine Beteiligung über eine Gesellschaft des Rechtsanwalts schon da war und dass jetzt kein Geld mehr auf dem Treuhandkonto ist. Ungewöhnlich auf jeden Fall. Und was schreibt uns dann der Rechtsanwalt des Geschäftsführers, des Bauträgers wiederum? Das wird die Frau Opoko interessieren. Was passiert jetzt? Was will man machen? Was sagt man zu den einzelnen Mängeln? Also zu dem im Beitrag gezeigten Mängeln schreibt man uns, laut Ausführungsstatik ist die im Einreichplan geplante Stahlbetonplatte nicht notwendig. Zur Ausführung gelangt eine bewährte Betonplatte. Bis Ende des Jahres 2024 sollen die Arbeiten umgesetzt werden. Zum fehlenden Aufzug schreibt man, der Aufzug soll bis Ende des Jahres 2024 in Betrieb genommen werden. In den letzten Wochen wurden die hofseitige Fassade saniert und begonnen, die Balkone anzubringen. Nach Anbringung der Balkone werden auch die Außenflächen im Dachgeschoss erledigt. Das klingt alles sehr gut, aber ich glaube, Sie haben ähnliche Versprechungen schon öfter gehört. Ja, also uns wurde sehr oft gesagt, die Wortwahl mit bis Ende des Jahres wird dies und jenes fertig, kommt mir schon bekannt vor. Das hat man uns bei der Übergabe versprochen. Das hat man uns schon vor der Übergabe versprochen. Die Betonplatte ist notwendig im Keller unten. Er schreibt, eine bewährte Betonplatte wird ausgeführt. Das ist die notwendige Stahlplatte in diesem Fall, die auch vorgesehen war. Das wäre super, wenn das alles passieren würde. Marianne, was schreibt darin abschließend? Er schreibt, dass alle offenen Arbeiten spätestens Ende dieses Jahres fertiggestellt sind. Man wünscht es sich und wir würden uns sehr freuen, wenn tatsächlich die Arbeiten fertiggestellt werden. Ich bin dem ORF auf jeden Fall sehr dankbar, dass hier Dreharbeiten stattgefunden haben, weil erst dadurch kam es wirklich zu Bewegung, erst dadurch kam es wirklich zu diversen Arbeiten im Haus, zumindest laut Bericht meiner Mandanten. Die Hoffnung besteht, dass jetzt wirklich die Arbeiten zügig vollendet werden. Und wir sind gespannt, was bei der Staatsanwaltschaft jetzt rauskommt. Und als Schlusswort lese ich noch einmal vor, weil wir uns vornehmen, dann gegen Jahresende noch einmal bei Ihnen vorbeizuschauen, wenn Ihnen das recht ist. Spätestens bis Ende des Jahres 2024 sollen die noch zu erledigenden Arbeiten in den Objekten umgesetzt werden. Und das schreibt der Anwalt des Bauträgers. Bitte halten Sie uns auf jeden Fall einmal auf dem Laufenden. Herr Dr. Tschech, danke, dass Sie bei uns waren. Gerne. Zum nächsten Fall. Drei Bauern aus dem Tiroler Zillertal haben sich im Juni 2022 an uns gewandt, weil sie de facto enteignet worden seien. Ihre landwirtschaftlichen Gründe seien vor vielen Jahren in ein Wasserschutzgebiet umgewandelt worden. Und das wäre jetzt nicht mehr nötig, weil es in der Region genügend andere Wasserquellen gäbe, die man doch auch nutzen könne. Markus Breselmeier ist damals zu Ihnen nach Tirol gefahren. Wir haben in der Sendung über den Fall diskutiert und jetzt danach gefragt, was seither passiert ist. Bei dem Namen der 2000-Einwohner-Gemeinde Stumm könnte man vermuten, dass die Menschen hier sehr ruhig sind. Doch zumindest bei unserem Besuch im Juni 2022 war dem nicht so. Seit vielen Jahren sorgt ein Trinkwasserbrunnen für viel Aufregung im Ort. Weil ab den 60er Jahren immer mehr Touristen nach Stumm gekommen sind, sei auch der Wasserbedarf rasant gestiegen. 1970 hat man deshalb den Tiefenbrunnen Arnbach errichtet, den die örtliche Wassergenossenschaft seitdem betreibt. Er befindet sich auf einem Grundstück, das eigentlich als landwirtschaftliche Fläche gewidmet ist. Hinter vorgehaltener Hand hat man uns damals erzählt, dass der Brunnen ein Schwarzbau gewesen sei. 2008 hat die zuständige Wasserrechtsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft Schwarz, der örtlichen Wassergenossenschaft dann aber die wasserrechtliche Bewilligung für den Betrieb des Brunnens erteilt. Zum Schutz der Wasserqualität wurde um den Brunnen auch ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen, ursprünglich befristet bis 2014. Die betroffenen Bauern dürfen ihre Grundstücke demnach nur sehr eingeschränkt benutzen. Georg Wechselberger und Simon Keul sind beide unmittelbar vom Wasserschutzgebiet betroffen. Trotz Entschädigungszahlungen fühlen sie sich enteignet. Du darfst keinen Acker mehr haben, du zahlst keine Miststätten mehr haben, du darfst nicht mehr Güllen oder was. Das ist oft schon schwierig. Im Jahr 2008 sei Ihnen von der Wassergenossenschaft und der BH Schwarz gesagt worden, dass das Wasserschutzgebiet um den Brunnen nur eine Notlösung sei. Man werde in der Zwischenzeit Trinkwasserquellen in den umliegenden Bergen suchen. Dann haben wir gesagt, ja okay, für fünf Jahre erlauben wir euch das. Und in den fünf Jahren könntest du die Quellen fassen, jetzt könntest du ein Hochbehälter bauen, eine UV-Anlage einbauen und die bestehenden Quellen einmal, die richtig sanieren. Das ist alles dokumentiert. Das ist alles dokumentiert. Alles dokumentiert, was die Wassergenossenschaft hat. Der Obmann hat gesagt, das machen wir. Auch der Bürgermeister hat gesagt, der ehemalige Bürgermeister, das finde ich der gut. Aber geschehen ist nichts. Das Versprechen, eine Alternative für den Tiefenbrunnen Arnbach zu suchen, sei aber nicht gehalten worden. 2017 hat die BH Schwarz der Wassergenossenschaft per Bescheid das Wasserrecht erneut verliehen und wieder eine Schutzzone ausgewiesen. Es ist einfach der Bescheid gekommen. Von 2017 bis 2027 wird das Wasserschutzgebiet verlängert über die BH. Das hat die BH gemacht. Aber weder der Obmann noch von dem Ausschuss. Da ist keiner zu den Grundbesitzern herantreten und gar nichts. Da denkst du, da bist du ein Bauer, auf den Dreck getreten bist du. Der Brunnen mitten am Feld sei laut den Landwirten gar nicht notwendig, um die Gemeinde mit frischem Trinkwasser zu versorgen. Wir haben da einen Zillachtal da. Wir haben Berge da, Quellen da. Und da verzichtet man drauf. Aber lieber tut man unten an die schönsten Ackerböden so die Flächen rein, um die Landwirtschaft eigentlich zu diskriminieren. Das geht ja fast in eine Enteignung. Du bist nicht mehr Herr der Lage. Die Herren der Lage, zumindest was den Brunnen betrifft, sind die Funktionäre der Wassergenossenschaft. Sie haben uns den Brunnen damals gezeigt. Ich glaube, das ist sicher keine Schleiche der Enteignung. Der Brunnen exigiert seit 1970. Das hat vielleicht früher schon gemacht, das Wasserschutzgebiet. Aber jetzt hat es die PH nachher vorgeschrieben, ab 2008. Da gibt es keine Alternative momentan. Der Brunnen, der steht da. Das ist auch da die Bohrung. Die Bohrung ist 35 Meter hoch. Und da kann man sich ineinander nachschauen setzen. Also man muss da ganz klar sagen, dass die Wasserversorgung in der Gemeinde ohne diesen Brunnen nicht abzudecken ist. Es gibt natürlich auch Studien, dass wir neue Quellen fassen, dass wir größere Hochbehälter bauen. Das ist natürlich auch alles in der behördlichen Bewilligung im Moment. Wir sind da ja stetig dran, das zu verbessern, zu erweitern. Auch Bürgermeister Franz Kohl hat den Tiefenbrunnen damals verteidigt. Ohne den Tiefenbrunnen, Arnbach, wird es in der Gemeindestuhr nicht gehen. Derzeit nicht. Das ist einmal undenkbar. Aber wenn ich heute muss Maschinen einsetzen, mache ich das Wasser von unten auf, pumpen. Und da weiter, wenn das Wasser von oben leicht dauer, ist auch mehr Sache. Oder heute in der Zeit. Wir reden von Energie und alles. Man spricht, man tut halt ein bisschen gegen den Wind arbeiten. Im Bürgeranwaltstudio hat die zuständige Wasserrechtsbehörde, die BH Schwarz in Tirol, dann schriftlich wissen lassen. Die Erforderlichkeit des Brunnenschutzgebietes ist durch mehrere fachliche Gutachten belegt und unbestritten, sowie aus hygienischer, hydrogeologischer und siedlungswasserwirtschaftlicher Sicht unabdingbar. Im Ergebnis ist die Rechtsfrage eindeutig beantwortet. Das Brunnenschutzgebiet ist aufgrund des Bescheides der BH Schwarz aus dem Jahre 2008 aufrecht. Rechtsanwalt Alois Schneider, der die beiden Landwirte vertritt, wollte das so nicht gelten lassen. Im Jahr 2008 haben meine Mandanten gesagt, gut, wir sind damit einverstanden, fünf Jahre gewähren wir dieses Wasserschutzgebiet. Für fünf Jahre können wir uns vorstellen, dass das auch seine Ordnung hat. Aber innerhalb der fünf Jahre muss alles unternommen werden, damit man in Hinkunft auf dieses Quellschutzgebiet bzw. diesen Tiefbrunnen nicht mehr angewiesen ist. Den Fokus auf alternative Quellen wollte man damals auch bei der Bezirkshauptmannschaft legen. Zitat. Aus Sicht der BH Schwarz ist der Fokus auf die Suche nach alternativen Standbeinen der Wasserversorgungsanlage zu legen. Dies ist Aufgabe der Gemeinde Stumm bzw. der Wassergenossenschaft. Dahingehend werden derzeit bereits die angesprochenen Alternativen von der Wassergenossenschaft geprüft bzw. wurden bereits teils umgesetzt. Mittlerweile sind fast zwei Jahre vergangen. Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat in der Zwischenzeit festgestellt, dass das Wasserschutzgebiet um den Brunnen seit dem Jahr 2014 gar nicht mehr besteht. Den Brunnen gibt es in Stumm aber noch und er wird auch verwendet. Und diesen Fall haben wir noch einmal aufgegriffen, weil uns der Rechtsanwalt der Bauern, der Dr. Schneider, kontaktiert hat. Markus Breselmeier, mein Kollege, steht bei mir im Studio. Was hat uns der Dr. Schneider geschrieben? Der Dr. Schneider hat uns geschrieben, dass jetzt, wo rechtskräftig feststeht, dass es dieses Quellschutzgebiet seit dem Jahr 2014 offenbar nicht mehr gibt. So wie er in der Sendung argumentiert hat. So wie er argumentiert hat damals schon. Dass nach wie vor keine Schritte unternommen werden, um die Nutzung des Brunens zu untersagen. Und er appelliert deshalb noch einmal darüber zu berichten. Ja, also es gibt den ausdrücklichen Appell, er sucht noch einmal diesen doch eigenartigen Fall einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Du hast deswegen dann auch die Bezirkshauptmannschaft schwarz kontaktiert. Ja, und die hält offenbar an diesem Brunnen fest und auch mit dem Brunnen an dem Quellschutzgebiet. Und hat auch angekündigt, dieses Wasserschutzgebiet erneu auszuweisen. Und es wird dann auch wieder eine Entschädigung für diese betroffenen Landwirte geben. Gut. Und wie sieht das diese Wassergenossenschaft, die wir auch im Beitrag gesehen haben? Die hat das bestätigt und man verweist auf die diversen Verfahren, die es auch in der Sache gegeben hat. Und man sagt es offenbar, Zitat, es behördenseitig verabsäumt wurde, das entsprechende Schutzgebiet weiter auszuweisen. Man will aber offenbar künftig zumindest auch auf andere Quellen setzen. Und hat begonnen mit der Errichtung eines 400 Kubikmeter großen Trinkwasserhochbehälters. Um auch in Zukunft den Gemeindebürgern ein sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen zu können. Also Planung und Errichtung sind jetzt offenbar im Gange. Was sagt der Bürgermeister? Last but not least. Ja, der hat das auch bestätigt und schreibt noch, ich zitiere, die Wassergenossenschaft ist laufend auf der Suche nach neuen Quellen, wobei eine bereits gefunden wurde. Das ist die, wo jetzt gebaut wird. Diese befindet sich derzeit in Überprüfung und wird laufend gemessen. Gut, also es bewegt sich auf jeden Fall etwas. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir irgendwann einmal herzeigen könnten, dass diese Planung und Errichtung zu Ergebnissen geführt hat. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Auf Wiederschauen. Das war's für heute. Wiederschauen. Das war's für heute.